Warnabras zeigt die furchtlosen Vier. In einem wunderschönen großen Tal lebten vier ganz besondere Tiere. Fred der Esel, die Katze Gwendoline, Tautelini der Hahn und Basta der Hund. Wo geht ihr hin? Wir gehen nach Paris. Und machen dort Musik? Oh, da redet ihr genau mit dem Rechtigen. Ich singe nämlich besser als Michael Jackson und Elvis zusammen. Hey, du kleiner Schreier, du Genie. Mach schon und komm mit mit deinem Kikerikiki. Hand in Hand kämpfen wir dafür. Hand in Hand kämpfen wir dafür. Ja! Zu ändern, was uns stört. Wir sind schließlich vier. Doch statt nach Paris kamen die Vier in die Stadt Bremen, die von dem fiesen Dr. Gier beherrscht wurde. Vier singende Tiere, umwerfend. Sensationell. Perfekt für uns. Niemand wird uns in Zukunft vorwerfen können, dass wir etwas gegen Tiere haben. Und so machten sich die furchtlosen Vier auf, alle Tiere zu befreien. Wir holen dich raus. Ich verspreche es dir. Sie haben zum dritten Mal versagt. 0-0-0-6. Erleben Sie die furchtlosen Vier. Ein einmaliges Kinoabenteuer. Spannend und lustig. Voller Action und Musik. Habe kein Gefühl, brauche keinen Stuhl. Bei jeder Hitze bleib ich cool. Ich bin Power-Cool. Ich bin Power-Cool. Oh, ich bin Power-Cool.